Servus Leute, seid herzlich willkommen zu einer kleinen Folge von Minecraft Serverstellung. Ja, ich weiß, oben steht irgendwie 30 FPS, 40 FPS, da irgendetwas mit neuen PC los ist, keine Ahnung, was da los ist. Aber heute stelle ich euch mal den It's Minecraft.de Server vor. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal sehr gerne drauf spielen. Und ja, auf dem Server gibt es einmal Bad Wars. Ich bin jetzt mal hier reingegangen. Aber leider hat dieser Server keine Spieler, also recht wenige Spieler. Ähm, dann hat der Server einmal Knock It. Da sind gerade vier Spieler drin, nice. Vier Spiele, hier einmal Knock It. Dann könnt ihr mal sehr gerne drauf spielen. Ui, Alter. Bam. Ja, da könnt ihr sehr gerne drauf spielen, wenn ihr wollt. So. Dann gibt es hier einmal noch verschiedene Spielmodus. Zum Beispiel wie, äh, Cheat Mode. Keine Ahnung, was das ist. Wir können ja mal einmal drauf gehen. Äh, was das? Boomscraft, der... Äh, ich habe leider echt keine Ahnung, was das ist. Dann gibt es einmal eins. Was ist eins? Da ist ja gerade kein Server online. Dann einmal die Community. Ähm, sieh ganz okay aus. Sorry, dass ich immer, wenn ich reinjoine, dann lag das ganz kurz. Da, ja. Da das... Ich weiß, ich habe gerade richtig Black-Probleme. Das tut mir auch sehr leid. Ähm. Ja. Okay, Leute. Dann, äh, ja. Gucke ich mir noch, was es so für Spiele gibt. Mal gucken. Community Quiz PvP ist neu. Okay. Da ist jetzt auch leider keiner Spieler. Okay, Leute. Dann würde ich auch mal sagen, falls euch diese kleine Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und über ein Like natürlich freuen. Ihr dürft gerne auf diesen Server spielen. Ist natürlich freiwillig, aber vielleicht würde ich ja den einen oder den anderen mal drauf sehen. Und dann würde ich auch mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.